So meine Damen und Herren, in der heutigen Folge unserer kleinen Schachschule beschäftigen wir uns mit der sogenannten holländischen Verteidigung. Die holländische Verteidigung wird dadurch charakterisiert, dass Schwarz auf Bauer nach D4 mit Bauer nach F5 reagiert. Damit versucht, dieses Zentrumsfeld von der Seite zu besetzen und sich mit den restlichen Bauern noch nicht festzulegen. Der Springer soll nach F6 gehen, gemeinsam mit diesem Bauern das Zentrum überdecken und der Rest des Plans ist dann sehr davon abhängig, ob Schwarz den Läufer versucht zu vieren ketieren, hier hinzustellen oder ob er mit Bauer nach E6 spielt und den Läufer hier rauszieht. Das sind die beiden häufigsten Muster, ohne jetzt schon auf die Zugfolgen zu gehen. Die häufigsten Aufstellungen sind Bauer nach G6, Bauer nach G7. So und Schwarz versucht mit Bauer nach D6 zu spielen, dann Bauer nach E5 vorzubereiten. Das ist die sogenannte Leningrader Variante, die häufig Königsindespieler, wenn sie irgendwann auf die Leningrader Variante stoßen, sehr anlockt. Weil sie sich denken, ich habe ja meinen Bauern schon auf F5 und wenn ich es jetzt noch schaffe, irgendwie Bauer nach E5 durchzusetzen, dann habe ich da schon alles erreicht, wovon ich nur träumen kann. In der Praxis ist es leider nicht so leicht meistens. Aber das ist es, was viele anzieht zur Leningrader Variante. Der Computer sieht weiß in den meisten Abspielen da im Vorteil. Aber um auf Gewinn zu spielen, um die Stellung zu verkomplizieren, hat die Leningrader Variante nach wie vor ihre Anhänger. Auch auf Top-Niveau, wenn jetzt ein Spieler nacherstens D4 auf Gewinn spielen muss, sind so die typischen Möglichkeiten in Anführungszeichen Königsindisch, Benuni oder die Leningrader Variante, die weit oben auf der Liste stehen. Ein ganz anderes Konzept, das auch mit F5 häufig beginnt, ist der sogenannte Stonewall. Stonewall zeichnet sich durch diese Bauernformation aus. Und das ist ein strategisch gesünderes Konzept. Schwarz schwächt zwar das Feld E5, kriegt dafür aber Raumvorteil. Hat man ja selten, ah jetzt Schwarz Raumvorteil kontrolliert schon das Feld. Und plant dann, den Läufer rauszuziehen, kurze Rochade folgen zu lassen und dann je nach Situation, sagen wir so, keine Ahnung, so. Wie gesagt, weiß man hier nicht immer die besten Züge, nur zur Demonstration. Und je nach Situation dann entweder diesen Läufer hier ins Spiel zu bringen oder den Läufer manchmal auch da hinten stehen zu lassen, B6 Läufer, B7 zu spielen. Die Dame geht manchmal diese Route, der Springer geht meist nach E4. Schwarz träumt davon, hier eines Tages einen Königsangriff vom Zaun zu brechen. Es gibt noch ein paar Hybrid-Systeme, die auch nicht besonders gut sind, so zum Beispiel hier mit Bauer nach D6 oder sagen wir mit Läufer nach E7 sich hinzustellen. Bauer nach D6 zu spielen. Und jetzt versuchen hier am Königsflügel anzugreifen. Aber das sind keine Pläne, die besonders gut funktionieren. Das erstmal zum Überblick, was Schwarz anstreben kann mit der holländischen Verteidigung. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail und fangen an mit der Stellung nach D4-F5. Eben habe ich ja, um die Varianten zu demonstrieren, relativ automatisch diesen Standardplan gemacht mit G3 und Läufer nach G2. Aber das ist keineswegs der einzige Plan, den Weiß hier hat. Und damit muss man sich als holländisches Spieler auch schon auseinandersetzen. Welche Zugfolge nehme ich? Denn nach Bau nach F5 hat Weiß einige interessante Möglichkeiten. Was ja auch nicht weiter fernliegend ist. Bau nach F5 trägt ja nicht so viel zur Entwicklung bei und schwächt auch gleich den König. Weiß hat verschiedene Züge. Also die in Anführungszeichen normalen Varianten kann er erreichen mit Bau nach C4, Bau nach G3 oder Springer nach F3. Dazu kommen wir gleich. Aber er kann direkt reagieren auf diesen Zug Bau nach F5, indem er Springer nach C3 spielt. Wobei wir ja häufig nicht so gerne spielen nach D4, weil wir erst C4 spielen wollen, um dann im Zentrum zu kämpfen. Aber hier, wo Schwarz sich ja auch nicht so wirklich im Zentrum gekümmert hat mit F5, jetzt droht Springer nach C3 schon recht mächtig Bau nach E4. Und es zwingt Schwarz mehr oder weniger dazu, darauf zu reagieren. Also gerade Spieler, die eigentlich dieses Leningrader System spielen wollten mit Springer nach F6 und G6, für die ist Springer nach C3, glaube ich, ein unangenehmer Zug. Und ich denke auch, dass Springer C3 für Weißspieler, die sonst nicht viel mit Holländisch zu tun haben wollen, ein relativ simpler Aufbau ist. Springer nach F6 ist der eine Zug, der meist gespielt wird, der andere ist Bau nach D5. Wenn Schwarze sie ignoriert, hier kann er auch noch Bau nach G6, dann ist Bau nach E4 schon relativ mächtig. Also das kann Schwarz sich nicht gut leisten. Deshalb muss er das erstmal verhindern. Springer nach F6, jetzt laufen nach G5, ist typisch. Hier wieder, wenn Schwarz Bau nach E6 spielt, spielt Weiß Bau nach E4, steht schon, soweit ich weiß, relativ deutlich besser, wenn hier geschlagen wird. Dann schlägt Weiß hier und spielt Bau nach C3, Springer nach F3, laufen nach D3, Dame nach C2, manchmal Bau nach H4. Versucht hier anzugreifen. Das ist eine unangenehme Stellung. Deshalb sollte Schwarz hier schon Bau nach D5 spielen. Entweder in dieser Stellung mit Springer nach F6 oder sofort. Jetzt aber ist die Wahl, er kann hier schlagen und diese merkwürdige Struktur spielen, die mir persönlich nie so gefallen hat aus weißer Sicht, weil Schwarz relativ stabil steht im Zentrum. Wo es nicht leicht ist, dieses Konstrukt zu knacken. Aber es ist trotzdem ein ernsthafter Zug, mit dem man auf ein bisschen Vorteil laufen kann. Was mir besser gefällt, ist jetzt einfach in Anführungszeichen die Figuren zu entwickeln. Jetzt wo Schwarz sich festgelegt hat auf D5, Bau nach E3, Springer nach F3, Läufer raus und dann eines Ferntages vielleicht diesen Sprenger wegziehen, um C4 vorzubereiten. Und ich denke, dass das hier eine angenehmere Stellung für weiß ist. Sprenger nach F3, der beste schwarze Zoll ist wahrscheinlich Läufer nach E7. Läufer nach D7 wird manchmal gesehen, um C5 vorzubereiten. Aber das ist tatsächlich hier schon Bau nach G4. Kein schlechter Zoll. F schlägt G, Sprenger E5 und weiß greift an. Bisschen random, aber manchmal existieren solche Sprengungen tatsächlich. Nach Läufer nach E7, Läufer nach D3, stehe weiß nach meinem Dafürhalten, einfach ein bisschen besser. Hochade, Hochade, Bau nach C5, den nimmt man weg. Und Schwarz hat verschiedene Möglichkeiten. Der weiße Plan ist jetzt, sagen wir, Springer nach C6, diesen Sprenger schnell wegzuziehen und seinerseits C4 vorzubereiten, das Zentrum anzuknabbern und dann zu hoffen, das Bau nach F5. Eine ernsthafte Schwächung der schwarzen Störung langfristig ist. Das war wie so. Erstmal passiert nichts Schlimmes, aber eines fernen Tages, wenn die Partie sich öffnet, dann steht der schwarze König doch ein bisschen offen. So als weiß in all diesen Varianten ganz gute Chancen auf Vorteil hat. Kommen wir zurück zur Störung nach zweiten Sprenger C3. Das war Sprenger F6, Läufer G5. Schwarz sofort D5 spielt, er weiß die Wahl, ob er den Läufer hierhin stellt oder hierhin. Das ist, glaube ich, beides sehr vertretbar. Der Läufer in der F4 ist ein bisschen populärer hier. Aber es spricht auch hier nichts dagegen, den Läufer hierhin zu stellen. Wenn er gejagt wird mit H6, dann schwächt Schwarz nur er seine Felder. Und hier, das wäre so eine typische Ruse-Eröffnung. Hätte Schwarz schon einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt für die geopferte Figur, für die gewonnene Figur. Wer es das nicht will, könnte auch einfach Läufer F4 spielen und sagen, hier, H6 schwächt dich mehr, als es dir hilft. Also auch hier ist Läufer G5 ein guter Zug. Alternatives Läufer nach F4. Und wieder der Plan. Bau nach E3, Sprenger F3, Läufer nach D3, Sprenger weg und Bau nach C4. Wenn ihr C5 kommt, schlagen. Und das ist auch ein bisschen angenehmer für weiß. Ich weiß noch, die Theorie ist irgendwie, ich glaube, A6, um Sprenger B5 zu verhindern. Sprenger F3, E6, Läufer D3, C5, irgendwie sowas. In den Weg. Brochade, Brochade. Und Sprenger E2, gefolgt von C4. Sind angenehme Stellungen. Das ist ein Problem an holländisch. Dass die Nebenvarianten halt keine Nebenvarianten sind, mit denen man schnell fertig ist, sondern dass sie auch sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Wir kommen noch kurz zu anderen großen Nebenvarianten nach D4, F5. Und dann gucken wir uns an, was Schwarz manchmal an Zugfolgen, Tricks versucht, um das zu verhindern. Und was es noch so an Varianten gibt. Läufer nach G5 ist auch eine sehr ernstzunehmende Nebenvariante. Bestreicht dieses Feld. Schwarz wird jetzt meistens nicht Sprenger F6 spielen. Also man könnte mit Sprenger C3 zu der Steuerung, die wir eben hatten. Aber das hier wäre eine deutlich bessere Version für weiß, wenn er seinen Sprenger noch hier hinten drin hat. Was ich jetzt mit Bauern nach C4 hinstellen kann. Und jetzt einfach auf Autopilot C4, Sprenger C3, E3, G3, Läufer G2, Sprenger E2 zum Beispiel spielen kann. Was ein sehr ernsthafter Vorteil für weiß ist. Also nach Läufer G5 sollte Schwarz nicht Sprenger F6 spielen. Er kann aus naheliegenden Gründen den E-Bauern nicht ziehen. Also ist nicht klar, wie er sich weiterentwickeln soll. Nach D5 spielt, spielt weiß er mal E3 und auch diese Steuerung ohne den Sprenger auf C3, wo wir noch C4 spielen können. Sind sehr, sehr unangenehm für Schwarz. Also Schwarz zwei Hauptzüge hier. Der eine ist jetzt Bauern nach G6 zu spielen. Mit der Absicht laufe nach G7 und dann Sprenger F6. Danach hat Weiß mehrere Möglichkeiten. Er kann entweder versuchen, Bauern nach E4 vorzubereiten, was aber, glaube ich, hier nicht so viel Vorteil gibt. Hier ist Schwarz ganz gut vorbereitet für Diskussionen. Spielbauern nach D5, dann Bauern nach C5. Ich habe das früher ein, zwei Mal gespielt, aber meistens nicht so viel rausgeholt. Ich glaube, Sprenger C5 war jetzt gemacht. War nicht die Welt. Deshalb sollte Weiß wahrscheinlich hier einfach die Entwicklung fortsetzen. Sprenger C3 ist sogar noch okay. Aber jetzt Sprenger F3 und Bauern nach E3. Und diese Steuerungen sind, ein bisschen überraschenderweise für mich, auch angenehmer für Weiß. Der Läufer möchte nach C4 und D5 kommen. Dann machen wir wieder unseren schon bekannten Plan. Läufer raus und bei Bedarf springen. E2, C4. Und hier, jetzt kann man das Schach geben, ist nicht schlecht. Aber was mich überrascht hat, Computer sagen, auch das hier ist ein ernsthafter Vorteil für Weiß. Was relativ untypisch ist, den Läufer freiwillig zu geben und damit die Bauern nicht zu verdoppeln und auch nicht im Zentrum irgendwie gleich durchzubrechen. Aber Computer sagen, jetzt hier, wo du den König hier festgelegt hast, der Sprenger geht hier hin und die schwarze Stellung ist unangenehm. Also das war eine relativ neue Idee für mich, den Läufer hier freiwillig zu geben. Sollte ich auch nicht merken, weil es selten gut ist. Aber in dieser konkreten Stellung tatsächlich ein wichtiges Motiv. Anderes Thema, was immer interessant ist, mir nicht so liegt, deshalb mache ich es selten, aber nach G6 ist H4 immer ein Zug, der in der Luft liegt, um hier H5-Wahlbedarf vorzubereiten. Wenn man damit H6 provoziert, dann schwächt das auch die schwarze Stellung ein bisschen. Also dieses H4, H5-Thema ist immer relativ präsent. Also Bauern nach G6 kann man machen, weil es tut am besten dran, nicht sperren C3, E4 zu spielen hier, sondern einfach, in Anführungszeichen, die Figuren raus. Behält damit ein bisschen Vorteil, aber es führt zu einem komplizierten Kampf. Bauern nach H6 ist die Alternative, die auch häufig gespielt wird. Gleich diesen Läufer befragen und das kann nach Läufer nach H4 zu relativ lustigen Varianten führen, wenn Schwarz den Läufer weiterjagt. Bauern nach G5 und nach Läufer G3 sieht es ja erstmal so aus, als wäre der Läufer gefangen, aber so einfach ist es nicht. Weiß er dir mehrere Möglichkeiten. Er kann einfach, in Anführungszeichen, wegziehen und wenn Schwarz versucht, den hier zu fangen, wird er es wahrscheinlich bereuen, denn Weiß kontert. Spielbauern nach E3 und da war einmal droht Schachmann. F schlägt G3, Dame H5, wäre Schachmatt. Wenn Speyer 6 spielt, kann er für hier schlagen. Also kann Schwarz noch versuchen, hier sich den Läufer so zu holen. Bauern nach H5 und wenn E schlägt F4, dann Bauern nach H4. Aber auch das wird wahrscheinlich böse enden. Waffe nach D3, hier einen Schach zu geben. Schwarz ist schon wieder am Rande des Abgrunds. Zum Beispiel Turm nach H6. Scheitert an mehreren Zügen, muss man ja selber sagen. Aber am hübschesten, zack. Und Schachmatt. Also Läufer G5 hat den Vorteil, dass man hoffen kann, dass man hier schnell gewinnt, weil der Gegner auf derartige Tricks reinfällt. Schwarz muss das natürlich nicht machen, hat hier mehrere Züge, kann Sprengener F6 spielen, wonach es. Das Spiel etwas normaler wird, Bauern nach E3, Bauern nach G7. Und ich glaube, die Haupferhändler wird wieder sprengen nach C3. Jetzt zum Beispiel Bauern nach D6, Beispiel Bauern nach H4. Wobei es steht ein bisschen besser. Schwarz hat sich halt hier ein bisschen geschwächt. Aber die Partie ist trotzdem natürlich noch lange nicht vorbei. Wird kompliziert mit weißen Vorteilen. Was eigentlich auch die Idee von Holländisch ist. Schwarz ist bereit, ein bisschen Eröffnungsvorteil herzugeben und hofft dabei auf eine komplizierte Partie. Es gibt hier noch mehr Subvarianten nach H6, G5. Ich habe früher auch häufiger E4 gespielt, in der Hoffnung hier mehr Dame rauszukommen. Eine Variante war zum Beispiel so. Dame F5 Schach und nach Sprenger F6, Bauern nach E5, nach König E8 Läufer E2, hier das Schach zu geben. Aber Schwarz sollte sich normalerweise auf diese Tricks vorbereiten und dann gewinnt hier nichts direkt. Hier ist zum Beispiel Sprenger F6 gut, um dieses Feld zu überdecken. Bauern nach E5, Bauern nach E6. Ich mache ein bisschen schnell gerade. E schlägt F6, Dame schlägt F6. Aber das Schach ist jetzt nicht entscheidend. Schwarz gewinnt tatsächlich die Figur zurück mit Bauern nach F4 und überlebt erstmal. Also, Läufer nach G5, ebenfalls ein vollwertiger, gemeiner Zug gegen erstens F5. Ich denke, sowohl Sprenger nach C3 als auch Läufer nach G5 aus weißer Sicht sind relativ kleine Komplexe, die aber beide sehr gute Chancen auf Vorteil bieten. Und das ist schon ein fundamentales Problem von Holländisch. Wenn man jetzt seine Zeit damit verbracht hat, das Leningrader System einzustudieren, wie kriegt man es? Also, Leningrader System war der Aufbau mit Sprenger nach F6, Bauern nach G6, gefolgt von Läufer nach G7. Und Schwarz möchte doch gerade D6, E5 spielen. Leningrader System ist interessant. Früher galt immer automatisch, egal welche Zugfolge, aber sagen wir, weiß spielt nicht G3, sondern fängt mit Sprenger auf 3 an und jetzt mit C4. Wozu ich wahrscheinlich raten würde, ist ein bisschen flexibler auch, wenn Schwarz E6 spielt, noch nicht G3 gespielt zu haben oder wenn Schwarz D6 spielt. Aber früher galt hier automatisch immer, als Hauptvariante Bauern nach G3 zu spielen und Läufer nach G2, das hatte ich vorhin schon ganz kurz gezeigt. Und sich jetzt was auszusuchen nach D6, Schmerz C3, Dame E8 zum Beispiel, Bauern nach D5 oder Bauern nach B3 oder Turm nach E1. Alles Züge, die weiß ganz gute Chancen auf Vorteil geben. Ich glaube, ich wollte immer auf alles Bauern nach B3 spielen. Hier, ich glaube, die Hauptvariante Züge war Bauern nach C6, Bauern nach B3. Der Läufer geht je nach Bedarf nach B2 oder A3. Und Schwarz schafft es bei genauem weißem Spiel nicht, zu diesem E5 zu kommen. Aber trotzdem, die Steuerungen sind kompliziert und auch mit weiß nicht so leicht zu spielen. Ein Trick, der mir immer gefallen hat, ist nicht klausurrelevant, fällt mir nur ein. Nein. War, sagen wir Dame A5, Läufer B2, Bauern nach E5. Jetzt Dame nach D2. War immer ein schöner Trick. Die Idee ist, wir verhindern Bauern nach E4. Wegen Schlägt. Ich kann immer, wie ich euch das zeige. Ist kein so wichtiger Trick. Aber hat mir immer gefallen. Man weiß, steht da sehr auch besser nach Dame D2. Also war auch ein theoretisch relevanter Zug. Wie dem auch sei. Weiß hat hier haufenweise verschiedene Aufbauten. Ein System, was mich immer ein bisschen genervt hat, auch wenn es objektiv, glaube ich, schlecht ist. Aber ist so dieses Alles-oder-nichts-System. Springer C6, Bauern nach D5 wird meistens gespielt. Jetzt möchte ich Schwarz E5 spielen. Und Springer nach E5. Weiß kann hier schlagen. Eben, manchmal hat Dame B3 gespielt. Einfach, um den Spaß zu verderben. Aber Weiß kann hier schlagen. D schlägt E. Und jetzt versucht Schwarz, Königsflügel mit allem aufzumarschieren, was er so hat. Also so alte Hauptvarianten waren irgendwie Bauern nach C5, Bauern nach E4, Dame nach B3. König geht weg. Tun nach D1. Bauern nach H6. Dann Bauern nach G5. Dame nach E8. Und Schwarz versucht hier matt zu setzen. Also objektiv funktioniert es gleich nicht. Und objektiv ist auf C5 wahrscheinlich E6 der beste Zug. Aber es ist so alles oder nichts-Style, so wie im Königsindisch, dass mir der Charakter des Spiels nie so zugesagt hat. Weiß hat hier mehrere interessante Möglichkeiten. Auch Bauern nach E4K machen. Dann Bauern nach F4. Ist so eine Hautrauf-Variante aus schwarzer Sicht. Die relativ viele Fans hat da draußen. Die mir immer ein bisschen genervt. Auch wenn objektiv, wie gesagt, Computer zeigt. Mit vielen Zügen, mit vielen weißem Vorteil. Aber es ist so ein Königsindisch, alles oder nichts-Vibe, der mir nie so gefallen hat. Worauf ich aber ein bisschen hinaus wollte, ist, dass früher immer automatisch, man gesagt hat, hier der beste Aufbau ist mit G3-Laufer, G2 gegen den Gradosystem, wenn wir diese Stellung erstmal haben. Aber heutzutage hat sich gezeigt, dass es auch andere, sehr giftige Systeme gibt. Und mir gefällt dieses System, wo weiß ich, mit dem Läufer noch nicht festlegt, sondern erstmal hier Raum nimmt am Damenflügel. Erstmal B4 spielt und Läufer B2, was sich auch gut gegen Bauna E5 richtet. Und nach Rochade, Bauna E3, D6-Laufer B2. Das ist die Stellung, glaube ich, noch unangenehmer für Schwarz als die Systeme mit G3. Hier konnte ich nichts, auch nur ansatzweise zufriedenstellen, das will Schwarz entdecken. Jetzt kommt der Springer C6 und wir Bauna B5, kriegt gleich den Tritt. Schwarz A5 spielt, spiel weiß auch B5, kontrolliert das Feld. Wenn Schwarz gerade ein C6 spielt, entwickelt, weiß sich einfach. Und es wird nie leicht, unter vernünftigen Umständen zu E5 zu kommen. Hier zum Beispiel so. So, so. Wenn der König weggeht. Schwarz kann schnell sehr schlecht stehen, wenn Weiß eigentlich relativ normal dazu genommen haben muss. Also ich bin großer Fan dieses Aufbaus. Mit Bauna B4, Läufer nach B2, Bauna E3. Das ist noch ein weiterer. Grund für Schwarz ist vielleicht das Leningrader System zu meiden. Dazu kommt halt auch, dass die Zugfolge schwer ist, weil nach F5, wie schon erwähnt, Sprecher nach C3 oder Läufer nach G5 gemeint zu gesehen. Was manche Schwarzspieler machen, ist, sie spielen Bauna D6. In der Annahme, dass Weiß Bauna E4, D4 gespielt hat und dann wahrscheinlich Bauna E4 spielen wird und warten auf zum Beispiel Sprecher nach F3, um jetzt F5 zu spielen. Auch hier kann Weiß wieder mit Sprecher nach C3 spielen, aber das ändert es ein bisschen. Oder sie spielen noch trickreicher, erst Bauna G6 und gehen davon aus, die Weißspieler werden nicht E4 spielen, sondern sie werden C4 spielen. Und jetzt spielen sie Bauna F5. Also Schwarz versucht sich manchmal an Zugfolgentricks, aber selbst wenn Weiß hier getrickst wird in diese Stärkung, wie gesagt, denke ich, dass er mit dieser Situation durchaus zufrieden sein kann. Kommen wir nun zum anderen größeren Komplex im Holländer, zum sogenannten Stonewall. Stonewall, der Plan ist, Bauna F5, Sprecher nach E6, Sprecher nach F6, Bauna E6, Bauna D5, Bauna C6. Und das, wenn Weiß einfach, in Anführungszeichen, mit G3, Läufer G2 spielt, ist kein schlechter Plan. Zum einen wieder die Frage der Zugfolge, hatten wir eben schon, nach F5 gibt es die übrigen Probleme, aber Stonewall-Spieler spielen häufig Bauna E6. Und hier wieder, die meisten Weißspieler, die D4 gespielt haben, werden nicht E4 spielen und in Französisch übergehen wollen, sondern die meisten Springer, Bauna C4 und jetzt spielt Schwarz, Bauna F5 und es ist nicht mehr so leicht für Weiß, eine seiner Nebenvarianten zu spielen. Also Spielweiß, Springer nach F3, Springer nach F6. Hier ist ein interessanter Punkt, hier sieht es ja aus, als wäre der normalste Zug der Welt, Springer nach C3. Aber Schwarz hat sich noch nicht auf D5 festgelegt und Springer nach C3 ist kein Fehler, aber das gibt Schwarz die Möglichkeit, diesen Springer zu fesseln und dann passt F5, Springer 6, E6 eigentlich ziemlich gut rein. Ist eine Art, nimmt so Indisch, weil dem Schwarz schon F5 gespielt hat. Was ihm hier hilft, das Feld E4 zu kontrollieren. Also auch diese Störung ist natürlich nicht schlecht für Weiß. Hier Damm, B3 oder Engzug. Ist auch absolut spielbar, aber das wollen die meisten Weißspieler vermeiden und Stonewall-Spieler sollten flexibel genug sein, in dieser Störung Läufer nach B4 zu spielen. Wenn Schwarz hier trotzdem auch nach D5 spielen würde, und das kriegt man manchmal über andere Zugfolgen, diese Störung, dann sollte Weiß nicht G3 spielen auf keinen Fall, sondern sich so in Stellen Läufer nach F4 gefolgt vom Bau nach E3 und das ist schon ein ernsthafter Vorteil. Weiß möchte Läufer D3 spielen und dann je nach Situation da man nach C2 manchmal mit G4 arbeiten oder mit H3, G4 oder einfach positionell diese Läufer tauschen, den Läufer bei Bedarf tauschen, dieses Feld reklamieren. Das ist eine unangenehme Stellung für Schwarz. Manchmal kriegt man das hier über so Zugfolgen wie zum Beispiel D4, D5, C4, E6, Springer F3, C6, Springer C3, F5 und jetzt Läufer F4 oder verschiedene Zuchtfolgen. Ich habe das schon häufiger gekriegt, auch hier damit C2, F5, Läufer F4. Also dieser Aufbau ist für Schwarz schlecht, wenn Weiß sich noch nicht auf G3 festgelegt hat und schon hier mit D4, C4, Springer F3 ready ist. Das ist ja unangenehm. Aber dadurch, dass in der holländischen Zugfolge sagen wir so, hier Weiß keinen fantastischen Zug hat, also Springer C3, Läufer B4 ist ein bisschen nachfällig, spielen die meisten in dieser Stellung G3 und dadurch gewinnt der Stonewall-Aufbau wieder angreift. Zugfolgen können hier verschiedene hinführen, zum Beispiel so oder so. Naja, you get the idea. Schwarzmächte habe ich eingangs schon gesagt, D5 spielen, C6, Läufer D6, Rochade und dann versuchen am Königsflug anzugreifen und ist kein schlechtes System. Was hier mir aufgefallen ist, also Zugfolgen gibt es beides mit dem Läufer auf G2 schon, ich werde meistens mit C6 angefangen, sonst mit D5. Aber was mir hier aufgefallen ist, in letzter Zeit, es ist einfach nicht gut hier Läufer nach G2 zu spielen, was wir über Jahrzehnte vollkommen automatisch gemacht haben. Aber dieser Läufer steht halt echt nicht gut hier nach C6, Starter, die ganze Partie auf diesen Bauernwall und ist tatsächlich vielleicht noch dümmer dieser Läufer als der Stonewall-Läufer, der ja sprichwörtlich schlecht ist hier hinten drin. Aber der Läufer steht echt nicht gut hier. Und Computer, heutzutage, sagen hier auch Eisenhardt, ist mir für egal, dass ich gerade G3 gespielt habe. Nachdem du D5 gespielt hast, ändert sich die Stellung und ich möchte den Läufer nicht mehr hier entstellen. Sondern ich spiele jetzt Springer nach C3, du spielst irgendwas, sagen wir C6, und ich spiele Läufer F4. Wir spielen also dasselbe System, was wir eben hatten, nur ohne G3. Jetzt mit G3, was nicht ideal ist, aber als Reaktion auf D5 trotzdem vollkommen okay. Und sehen weiß hier im Vorteil. Zum Beispiel Läufer E7, Bauna E3. Weiß weigert sich einfach den Läufer nach G2 zu stellen. Und geht hier in die Mitte. Bei Bedarf später noch H4 und den Läufer zu stabilisieren. Und hier steht weiß wieder besser. Also das ist eine sehr, sehr junge Entwicklung. Ich glaube, es gibt ja auch noch gar nicht so viele Partien damit. Aber ich vermute, dass Computer recht haben. Und ich habe auch meine ganze Schachkarriere immer automatisch Läufer nach G2 gestellt und mich dann gefragt, was machen wir mit diesem Drecksläufer? Einfach nicht nach G2 zu stellen. Also es ist ein bisschen paradox, weil man spielt G3 und ist auch bereit, den Läufer hinzustellen. Wenn Schwarz irgendwas langsames spielt, sagen wir zum Beispiel Läufer E7. Auch hier bin ich nicht sicher. Ich würde vielleicht auch mit Spinner C3 anfangen erstmal. Gucken, was passiert. Aber dann ist man bereit, den Läufer hinzustellen. Aber wenn Schwarz den typischen Zug D5 spielt, sich damit noch offen hält, den perfekten Aufbauspiel zu wollen mit C6 Läufer D6, ist einfach falsch, den Läufer nach G2 zu stellen. Wenn Schwarz C6 spielt auch, sollte man Spinner C3 spielen in der Erwartung, dass D5 kommt. Jetzt wieder zack zack. Also das ist, ich glaube, relativ neue Erkenntnis im Kampf gegen Stonewall, die sich aber vermutlich durchsetzen wird, weil es auch sehr, sehr logisch ist. Und auch hier hat Weißworte. Stonewall an sich, die Formation ist nicht schlecht und die besten Stonewalls, ich glaube, Magnus hat eine Stonewall-Serie auf C624 machen. Und da gesagt, die besten Stonewalls entstehen häufig über völlig andere Zugfolgen, zum Beispiel hier aus Katalanisch. Ich weiß nicht, ob ich die Züge richtig mache. Aber das hier ist eigentlich die beste Version vom Stonewall, die Schwarz kriegen kann, wo der Läufer schon hier steht und F5 halt später kommt als Teil des strategischen Plans. Aber natürlich kriegt man das. Nicht alle Tage und man kann sich als Stonewall-Spieler nicht drauf verlassen. aber grundsätzlich ist es strategisch eine valide Formation. Schwarz hat nur das Problem. Wie komme ich da hin? D4, F5 hat halt die Nachteile, die ich schon erklärt habe. Sprein C3 ist stark, Läufer G5 ist stark. D4, E6 hat zum einen den Nachteil, dass E4 natürlich möglich ist und zum anderen dass hier nach G3, C6 es jetzt die Möglichkeit gibt, ohne Läufer nach G2 zu spielen. Ich soll vielleicht noch ganz kurz die alten Hauptvarianten hier zeigen. So, so, so. Hier weiß diverse strategische Pläne. Der eine ist zu versuchen, diesen Läufer abzutauschen mit zum Beispiel Bau nach A4. Aber weiß hat hier nicht viel Vorteil. Ich habe das hier viel angeguckt über die Jahre. Ah, dieser Läufer ist zu schlecht. So, dass Schwarz hier einigermaßen okay steht. Da kann er auch schlagen. Auch gerade. Ist nichts Besonderes. Ein anderer Plan ist, die Läufer über das Feld F4 abzutauschen. Aber auch hier wieder. Der Läufer. Sehr dumm. Nicht leicht, diese Stimmung. Der vielleicht tückischste Plan ist, die Läufer Läufer sein zu lassen und einfach am Damenflügel zu spielen mit Sprecher C3 und dann Dame C2. Turm B1, B4. Ich glaube, man spielt erst an C2. Aber auch diese Stellung sehr kompliziert, sehr zweischneidig. War ich auch nie ein Riesenfan von. Deshalb, aus weißer Sicht, ist, glaube ich, einfach wichtig, den Läufer nicht zu früh nach G2 zu stellen. Wenn Schwarz Läufer E7 spielt, jetzt kann man ihn nach G2 stellen, weil diese Version des Stonewalls schlechter ist als die mit dem Läufer auf D6. Hier zum Beispiel ist es für Schwarz nach B3 sehr schwer, Läufer A3 zu verhindern. Mit dem Läufer auf D6 konnte er ja Dame E7 spielen. Aber hier kann weiß sowas direkt kriegen und vielleicht ein bisschen Vorteil reklamieren. Wobei selbst diese Stellung nicht so schlecht sind. Aber der Aufbau ist ein bisschen passiver. Hier kann weiß auch so spielen. Den Sprenger darüber. Und hier weiß gute Chancen auf Vorteil. Ich bin gespannt, ob Stonewall-Spieler sich daran versuchen werden. Aber ich glaube, die Pläne mit D5 und C6 werden weiß noch nicht Läufer G2 gespielt hat. Ist nicht schwierig. So, ich sag wieder alle 17 Mal. Aber ist ja wichtig, unsere Punkte hier. Aber uns zu wiederholen. Es gibt, wie gesagt, noch andere Systeme hier. Zum Beispiel Läufer B4 Schach. Wonach sowohl Sprenger BD2 als auch Läufer D2 gut sind. Sagen wir Läufer D2 eingetauscht wird. Dann das typische Damenschlicht D2, dass der Sprenger nach C3 gehen kann. Das ist unangenehm für Schwarz. Und das sogenannte klassische holländisch. Ich glaube, es heißt klassisch. Mit Bau nach D6. Wobei es aber auch verschiedene gute Möglichkeiten hat. B3 ist ein guter Zug. Sprenger C3 ist ein guter Zug. Schwarz spielt jetzt entweder A5, dann im Zweifelsfall immer B3 spielen sollen. Oder Dame nach E8. Hier ist B4, glaube ich, gut. Ein Trick, den ich als Kind gelernt habe, ist Turm nach E1 in so einer Stellung. Mit der Idee, wenn Dame G6 gespielt wird, um E4 zu verhindern, können wir trotzdem E4 spielen. Fahne immer sehr magisch. F schlägt E, Sprenger schlägt E4, Sprenger schlägt E4, Turm schlägt E4. Und wenn der Turm geschlagen wird, zack, Dame gefangen, in der Mitte des Brettes. Kein Feld. Deswegen muss Schwarz da nicht drauf reinfallen, aber fand ich einen schönen Trick, um diese E4 vorzubereiten. Schwarz wird wahrscheinlich irgendwie Springer E4 spielen, aber auch das hier ist besser. Für Weiß schlagen, springen nach G5. Also diese Systeme funktionieren aber nicht so richtig. Für Schwarz wahrscheinlich ist es am besten, irgendwie Bauna A5 zu spielen. Und Weiß hat diverseste Optionen, wie er im Vorteil bleiben kann und möchte. Bauna B3, dann mal C2, Turm A1. Alles angenehm. So, ich glaube, das war's, was ich zu holländisch zu sagen habe. Chat fragt wie üblich noch nach unseriösen Sachen, wie Bauna E4 oder Bauna G4. Also könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr den Vorteil, den ihr durch F5 gekriegt habt, gleich wieder wegschmeißen wollt. Springer nach C3 oder Läufer nach G5 sind die beiden Nebenorienten, die Vorteil geben. Bauna E4, F schlägt E4, ist nichts. Springer C3, Springer F6. Jetzt nach F3, ganz schwarz mit D5, den Vorpausen hier behalten und nach Läufer G5. Gibt es mehrere Züge, die okay sind. Springer nach C6 ist okay und Bauer nach G6 ist auch okay. Das sogenannte, wie heißt es, Staunten Gambit? Das next. Bau nach G4 ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Schwarz kann den schlagen, aber auch mit D5 reagieren, also Bau nach G4. Muss nicht sein, ist ein bisschen, ein bisschen too much. F5 ist schon Schwächung genug. Wir müssen da nicht gleich weiteres Öl ins Feuer gießen. Also fassen wir zusammen, holländisch theoretisch schwer, aber ist eine Eröffnung, die zu unausgeglichenem Spiel führen kann. Und gerade, wenn Schwarz unter Siegzwang ist oder einfach der stärkere Spieler ist, aber auf dem Niveau, wo er sich jetzt denkt, ey, ich kann nicht jede Partie Dammengambit spielen, damit gewinne ich nie, sind so Leningrader Systemgeschichten durchaus verlockend. Es ist halt, um das Spiel unausgeglichen zu gestalten, objektiv ist es sehr, sehr schwer, damit in ausgleichen zu können. Jetzt ist mal eine Engine hier eingefroren, lasst euch von den Balken nicht täuschen. Der ist bei E4, bei E4 zusammengebrochen, die Engine. So. Beenden wir diese Folge unserer kleinen Schachschule. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.